Wenn man so will, wirst du das Ziel einer Lernung reißen, die Perfektion der besten Art und Weise, still und wenden Leise, die Schaumkronung, der Vogt der Begeisterung, bergauf, mein Antrieb holst du. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das größte für mich bist und sicher gehen, ob du dann das sehr für mich fühlst, für mich fühlst. Ich muss dich nicht mehr sagen, dass du das größte für mich bist. Ich muss dich nicht mehr sagen, dass du das größte für mich bist. Amen.